Wenn ich an der Stelle angekommen bin, Sie dürfen die Braut küssen, dann dürfen Sie die Braut küssen. Aber stecken Sie ihr die Zunge nicht unbedingt in den Hals? Das mag vielleicht lustig sein für Ihre Freunde, aber für Ihre Eltern ist es gewiss peinlich. Wir werden versuchen, uns zurückzuhalten. Als ob ihr euch jemals zurückgehalten habt. Halt die Klappe. Wir wollen ja nicht, dass das Baby vor der Hauptstadt kommt. Ich bin sicher, der Pastor hat noch was zu sagen. Kannst du deinem Hausarzt gar nicht erzählen denn mit ihm jucken? Was willst du ihm sagen? Willst du ihm sagen, die juckt mich an? 150. Ach so, ist natürlich was anderes. Kannst du natürlich mit deinem Hausarzt sagen, aber ist ja Quatsch. Darüber kann man doch reden, darüber kann man doch... 200? Uh, darüber kann man reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017